Und hier ist der zweite Teil zum Verweistraining. Ganz kurz die Zusammenfassung vom ersten Teil. Ihr müsst immer ganz genau wissen, wo die Gegenstände auf der Fährte liegen. In der Lernphase für den Hund müsst ihr dem Hund unbedingt genau zeigen oder sagen, was er tun soll. Und wenn er versucht, den Hund selbstständig verweisen zu lassen nach der Lernphase, lasst ihn nie unsicher stehen. Also wenn der Hund nicht so hundertprozentig weiß, was er tun soll, sagt ihm dann ganz schnell, was er tun soll, damit der ganze Verweisvorgang optimal bleibt und nicht verzögert wird. In meinem Trainingsbuch Fährtenarbeit findet ihr auch sehr viel rund um das Verweistraining. Auch viele Korrekturvorschläge, wenn der Hund kein optimales Verweisverhalten zeigt. Aber jetzt zeige ich euch einige der möglicherweise auftretenden Probleme. Es gibt eine unendliche Vielzahl der Probleme und die Gründe können sehr unterschiedlich sein, genauso wie dann die darauf basierenden Korrekturvorschläge. Also beobachtet euren Hund genau, was er tut. Verhärt er am Gegenstand kurz oder geht weiter? Leckt er sich schräg? Läuft er einfach drüber, als ob der Gegenstand gar nicht da liegt? Was macht er genau? Ganz herzlichen Dank auch an alle Hundeführer, die mir diese Aufnahmen ermöglicht haben. Der erste Hund ist ein Dalmatiner, der eigentlich schon sehr gut verwiesen hat. Ab und zu mit Hilfe eines kleinen Hörzeichens. Aber ansonsten hat er fast selbstständig verwiesen. Und dann kommt diese Pferde hier. Er überläuft einfach den Gegenstand. Keine Reaktion, gar nichts. Wir legen daraufhin den gleichen Gegenstand zwei, drei Meter weiter hinten hin und schauen, ob er es dann macht. Nein, er hat es aber auch nicht gemacht. Die Frage ist nun, woran kann es liegen? Am Material? Für einen Hund ist ein Gegenstand nicht einfach ein Gegenstand, den man sieht, sondern es spielen viele Dinge eine Rolle, die seine Vorstellung von dem, was ein Gegenstand ist, beeinflussen. Das Material, Fremdgegenstände, Wettereinflüsse wie zum Beispiel die Windrichtung, die Lage des Gegenstandes auf der Fährte, längst dazu, schräg dazu oder hochkant. Und noch viele, viele andere Dinge, die der Hund zusammen mit dem, was wir als Menschen sehen, konditioniert als Gegenstand. Und wir sehen leider nicht, was er konditioniert hat. Also woran liegt es jetzt bei diesem Hund? Es liegt sicher nicht am guten Willen. Unterstellt das nie eurem Hund, sondern irgendwas hat er noch nicht richtig konditioniert. Also heißt es ausprobieren. Woran liegt es? Unterschiedliche Gegenstände haben wir schon ausprobiert. Es waren Fremdgegenstände. Vielleicht liegt es daran. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und dann kam eine Fährte, auf der er plötzlich verwiesen hat. Es war eine Fährte auf Wiese, wie ihr hier sehen könnt. Er verweist zwar nicht ganz fehlerfrei, also noch relativ zögerlich, aber auf Wiese verweist er plötzlich die Gegenstände wieder. Es hängt also irgendwie mit der Fährte, mit dem Gelände zusammen. Der Hund hat offensichtlich den Begriff eines Gegenstandes für sich noch nicht generalisiert. Das heißt, im folgenden Training ist darauf zu achten, dass der Hund lernt, um die unterschiedlichsten Gegenstände auf unterschiedlichstem Gelände, Fremdgegenstände, eigene Gegenstände, bei unterschiedlicher Windeinwirkung und so weiter zu verweisen. Der Hundeführer muss dem Hund bei jedem Gegenstand nach wie vor große Hilfe geben. Am besten das Leckerli auch nicht aus der Hand geben, weil der Hund, wie wir gesehen haben, ja sehr stark auf die Hand fixiert ist. Ja, der Hund muss den Begriff des Gegenstandes erst generalisieren. Das ist ja eine sehr erfahrene Hündin, die zuverlässig verweist. Man sieht, sie hatte auf der Fährte ein bisschen Schwierigkeiten mit den Längsrillern und kurz vor dem Gegenstand besondere Schwierigkeiten und sie verweist den Gegenstand. Diese Hündin ist sehr erfahren und verweist zuverlässig alle Gegenstände, aber in diesem Fall diesen Gegenstand nicht. Auffällig ist, dass sie im Bereich des Gegenstandes kurz vorher Schwierigkeiten mit der Fährte hat. Vermutlich reicht ihre Aufmerksamkeit nicht für Fährte suchen und Gegenstand verweisen, denn die nächsten Gegenstände verweist sie wieder zuverlässig. Da denke ich, kann man erstmal nichts machen. Der Hund lernt immer besser, die Fährte zu verfolgen und dann auch die Gegenstände zu verweisen. Hier ein häufiges Verweisverhalten. Der Hund liegt schräg in Richtung der Fährte. Das heißt, das Hinterteil des Hundes liegt links von der Fährte. Die Hundeführerin geht hier zunächst rechts nach vorne. Günstiger wäre es, wenn sie gleich links nach vorne geht. Denn wenn der Hund nicht so ganz genau weiß, woher der Hundeführer kommt, ob links oder von rechts, dann wird er sich ein schräges Verhalten gar nicht erst so richtig angewöhnen. Also geht mal rechts nach vorne, geht mal links nach vorne. Hier ein Problem, das viele Hunde haben. Dieser Border Terrier wird am Gegenstand sich nicht hinlegen. Eigentlich, man sieht es, er beschwichtigt. Er weiß, er soll sich hinlegen, aber auch nur mit Ach und Krach legt er sich hin. Das haben wir auch in etwas höherem Gras ausprobiert. Auch hier, naja, liegen sieht anders aus. Er beschwichtigt wieder, setzt sich hin und legt sich dann nur auf Aufforderung hin. Eigentlich in normalem braunen Acker verweist er ohne Probleme. Hier wäre zu überdenken, ob der Hund wirklich im Platz verweisen soll. Hier nun ein ganz junger Border Terrier, sechs Monate alt, mit den Anfangsübungen zum Pferden. Eigentlich soll er im Sitzen verweisen, weil auch er sich bei nassem Gelände sehr ungern hinlegt. Und da ist schon dann ein Problem vorprogrammiert, dass er ungern verweist. Man sieht, der kleine Wicht sucht schon sehr intensiv jeden Tritt ab und er weiß auch schon, dass er eigentlich sich hinsetzen soll. Aber bleibt einfach stehen. Er bleibt stehen. Auch die Erinnerungshilfe mit der Leine nützt auch nichts. Jetzt so, naja, also schnell und willig sieht es nicht aus. Und weiter geht's. Alles ohne Zwang ganz wichtig. Kein negatives Erlebnis, wenn ihr eurem Hund das Verweis beibringt. Also es geht weiter zum nächsten Gegenstand. Noch einmal der Versuch, dass er sich hinsetzen soll. Hier ist der Gegenstand. Er bleibt stehen. Eigentlich ein typisches Verhalten für einen Border Terrier, der auch vorsteht. Man sieht es immer wieder, er schaut zum Gegenstand. Das kennt er nämlich schon. Und die Hundeführerin ist so klug, dass sie nicht mehr darauf besteht, dass er den Sitz zeigt. Sondern dieser Hund wird wohl im Stehen verweisen. Es sieht aus, als ob er wirklich fast vorsteht. Und das Ganze wird im Laufe der Zeit auch noch viel ruhiger. Es ist eigentlich ein ideales Verhalten. Der Hund zeigt es schon sehr, sehr ruhig. So, das ist ein erfahrener Hund. Der wird an zwei Leinen geführt. Eine Korrekturleine und eine Führleine. Das Gelände ist sehr lehmig. Sieht man schon an den dicken, verschlammten Pfoten. Und er beschäftigt sich intensiv mit dem Gegenstand. Das Schnuppern ist eigentlich nicht so arg erwünscht. Und damit der Hund gerade liegt, stellt sich die Hundeführerin immer so über den Hund. Nicht alle Hunde vertragen das. Man sieht auch deutlich, das Futter macht ihn etwas unruhig. Aber hier, er liegt gerade. Danach muss die Hundeführerin sich allerdings in die Grundstellung begeben. Und aus dieser Stellung heraus den Hund wieder ansetzen. Einmal loben. Gegenstand nach oben halten. Einstecken. Die Leine nehmen. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Fehler, die man machen kann. Allerdings hier mit einem sehr stabilen, erfahrenen Hund. Sonst würde ich ihn nur verunsichern. Ich mache hier ein richtiges Primborium um. Das Verweisen stellt mich nicht auf die richtige Seite. Ich laufe hin und her. Suche mein Futter. Jeder andere Hund wäre schon lange aufgestanden. Jetzt endlich habe ich das Futter ihm gegeben. Und dann ziehe ich mit dem Futter auch noch den Hund nach oben und verursache dadurch ein unruhiges Verhalten. Und dann ziehe ich auch noch richtig an der Leine, so dass der Hund frühzeitig aufsteht. Also alles Dinge, die man tunlichst vermeiden sollte. Und dann bin ich auch noch sehr unaufmerksam und verfolge nicht, wie der Hund sich nach dem Verweisen weiter verhält. Der Hund hat hier richtig schön verwiesen. Und ich stelle mich neben ihn und lobe ihn. Und mache richtig viel Theater. Streichle ihn sehr aufgeregt. Bin insgesamt sehr hektisch. Jeder andere Hund wäre da schon lang aufgestanden. Also macht alles ruhig. Langsam. Ja genau. Jetzt nehme ich das Futter erst aus der Tasche und der Hund geht natürlich nach oben. Ist ein bisschen gestellt natürlich. Der würde sehr sehr brav liegen bleiben. Also Futter schon vor dem Verweisen in die Hand hinten an der Leine nehmen. Damit ihr nicht erst in der Tasche suchen müsst, wo das Futter ist. Und hier eine Hündin. Ein Scandinavian Hound. Die Hündin verweist sehr schön und freudig mit leichter Hilfe durch blockierende Leine. Die Hundeführerin kommt nach vorne. Belohnt den Hund. Legt in den ersten Schritt etwas Futter. Damit der Hund nicht vorwärts stürmt nach dem Verweisen. Richtet sich auf. Steckt den Gegenstand ein. Nimm die Leine in die Hand. Lockere Leine. Sieht man deutlich. Dann steht sie leider schräg zum Hund. Normalerweise sollte sie in der Grundstellung stehen. Also links oder rechts neben dem Hund. Und dann geht es weiter. Jetzt noch ein Beispiel für einen Hund, der mit Sitz verweist. Ein bisschen zögerlich, aber man sieht deutlich beim Sitzvorgang zieht die Hündin die Hinterbeine zu den Vorderbeinen. Wenn sie es andersrum machen würde, die Vorderbeine zu den Hinterbeinen ziehen, dann wäre das Sitzen für das Verweisen nicht geeignet, weil sie immer zu weit weg vom Gegenstand wäre. Und hier ein kleines Beispiel für ein rassetypisches Verweisen. So sieht ein Platz bei einem Border Collie aus. So das war es jetzt erst mal wieder. Viel Spaß beim Pferdentraining. Eure Ute. So und jetzt seid ihr gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt auch was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr thematische Anregungen habt, dann lasst es mich bitte wissen. So und jetzt sind SieStaat, dann kann es euch weiter für teilen. Wie geht nämlich das Video gefallen hat? stained euch das Video gefallen hat, dann gibt es euch weiter. Zuschauervenschen, wenn euch ungefähr so誘 Owens und sonst weil das Video gefallen hat? Vielen Dank.